Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zum siebten Tag im Fortnite-Selbstexperiment. Und da es die letzten Tage noch nicht so gut lief, habe ich mir gedacht, ich gebe jetzt mal für das Spiel 150 Euro aus. Massi ist gerade am Start. Was geht Leute? Und ich kaufe mich jetzt so lange hoch hier, bis ich ein paar coole Skins habe, damit die Gegner wenigst Respekt haben, bevor sie mich töten. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal, würde ich sagen. Aber das ist ja ein schwarzer Ritter gegönnt, Digga. Zehn Battle Pass Stufen habe ich jetzt mal eben. Easy XP gemacht. So, wir gucken mal, was das jetzt bedeutet. Das heißt, ich bin jetzt also Stufe 14. Das ist ja so krank, dass man das machen kann, ne? Guck mal, was ich jetzt auf dem Weg alles schon bekommen habe. Ach, warte mal, aber die Sachen hier unten muss ich dann trotzdem freischalten, ne? Ja, guck mal, oben sind die Sachen, die man sowieso bekommt. Also oben. Und unten sind da aber Sachen, die du extra kaufen musst. Ja, dieses Goldene, das ist Season 2, das ist alles Battle Pass. Okay. Das kann einer, der kein Geld ausgibt, nicht bekommen, quasi. Also, was habe ich jetzt gerade gemacht? Warte mal. Ach so, nee. Ich muss mich erst mal bis dahin freikaufen, weißt du? Ach, hier unten kann man die Sachen erwerben. Warte mal eben. Warte mal eben, chill mal. Digga, wenn du den schwarzen Ritter hast, jeder wird so Angst haben vor dir im Game. Ah, warte, warte. Ich kaufe mir jetzt unten alles und dann kriegt man alles auf den Weg. Oh mein Gott, warte mal, Leute. Ich glaube, ich habe gleich den schwarzen Ritter, ne? Moment. Warte. Jeder von gleich den schwarzen Geläuchte, komm mal. Es ist nicht Pay2Win, Leute. Also, ich kriege dadurch keine Vorteile. Das mache ich jetzt extra für euch, damit es in den Videos nicht so langweilig ist. Ja, Digga, ich habe ihn easy. Warte. Ich habe ihn, warte Lobby. Ich will gucken. Ich meine, wo ich ihn anziehe, Digga. Wo ziehe ich ihn jetzt an? Wo du ihn anziehst, müsstest du eigentlich im Spinn. Ja, beim Spinn. Ich habe auch noch nie sowas gemacht, also sowas gekauft. Digga. Guck bitte nach, ob du das schon siehst. Siehst du es? Ja. Lobby. Also, Leute, der schwarze Ritter ist am Start. Egal, Digga, die werden so wegrennen, wo du veraimst, damit ich den schwarzen bin. Ja, ist auch so. Die werden so spritten und ich werde keine Kugel treffen. Boah, ich habe jetzt auch hier so, oh mein Gott. Digga, ich habe jetzt auch so einen richtig geilen Schirm und so eine richtig geile Axt, Digga, mit Strom. Hast du diese Strom-Axt? Ja, die habe ich jetzt, Digga. Oh mein Gott. Also, wir haben so viel jetzt. Ich glaube, jetzt kriegt ihr auch dafür EP, dass ihr mit mir spielt. Ja, kriegen wir auch, Digga. Das ist alles freigekauft. Ich glaube, die Leute, die das Video schauen, kriegen EP. Alter. Sweezy wird gleich sich so erschrecken, wenn er den schwarzen Ritter sieht. So, Leute, Sweezy konnte jetzt auch mal begutachten, wie ich aussehe. Digga, das ist so krank. Ich meine es ernst. Nicht mehr normal. Ähm, wollen wir mal so einen ganz klassischen Play machen vielleicht? Pleasure Park oder so? Ja, lass mal Pleasure Park. Lass mal direkt hitten. Pleasure Park? Was? Achso. Jungs, der schwarze Ritter ist da. Der schwarze Ritter leidet zum ersten Mal. Ich bin immer noch nicht auf dem Boden. So, jetzt. So, eine Waffe. Weißt du, Jungs, bei mir ist einer. Warte, warte. Hast du eine Waffe oder so? Ich habe grüne Schotke. Ja, ja, okay, mir geht's gut. So, dann. Ab ihm. Server. Boah, ich mache das erste Mal was kaputt mit dem Ding. So, mein Gott. Dann direkt eine Falle da oben platzieren. Der schwarze Ritter ist unbesiegbar, Jungs. Ich komme zu euch. Ja, ich komme zu Masi. Die Kiste. Hast du dir gesagt? Diese komische Scope da, ja, Masi. Ja, in der Mitte, Mittelhaus, Mittelhaus, Mittelhaus. S195, ich sehe ihn. Er ist so weak, er ist one bullet, one bullet, one bullet. Warte, warte, warte. Unser teammate, ich hole ihn von hinten. Ich hole ihn von hinten. Wo ist dein teammate? Rechts, da bei dem Haus. Er macht Jump Pad. Lol, er macht Jump Pad. Warte, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist über uns im Himmel. Wo, 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 wo? Ich bin ich, ich aim die ganze Zeit auf ihn. Äh, da, 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 was macht der, Digga? Habt ihr ihn? Nicht ihn, nein. Warte, 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 ich warte den Wurm, ich warte den Wurm. Er ist schon weg, Digga. Ach, schade. Was ist denn Wurm, Digga? Ja, die sind Schlürfi. Ah, nein, warte auf. Das hat der auch, Digga, was ist hier? Jo, jo, jo. Ach, ey, Jungs, ich weiß jetzt, wie man... Hier ist noch eine 250. Warte, warte, warte. Haus bei 250. Hallo. Wo ist der Geister? In welchem Haus denn? Ich habe so gelegt, Digga. Ich habe so heftig gelegt. Er ist direkt vor mir, ist direkt vor mir, Jungs. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, warte. Gehated, gehated. Aber wir haben ja alles. Let's go, let's go. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh. Ich bin so am Arsch, Jungs. N-O, N-O. Warte, warte. N-O. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Der Sniper. Sniper. War er weit weg. Ich, ich kann es nicht sagen, ich bin ja weggesprungen. Ich komme zu Sweezy. Warte mal, willst du diese Scope? Oh Gott, wo ist der, wo ist der Sweezy? Es war nicht hinter dir, das war auch auch noch hin. Doch, doch, also auch nicht. Check's nicht. Check's auch nicht. Wo, 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 wo? Ich glaube, ich glaube, es... Warte mal. Wo war jetzt das Nightmare? Ich gehe jetzt in den Schuhen. Jumpert, Jumpert. Jumpert ja beide, zwei, zwei, zwei Stück. Im Himmel, ich schieße auf ihn. Ah, da, ja, jetzt. Ich habe ihn gehertet, ich habe ihn gehertet. Die sind beide auf der Tankstelle drauf. Der eine ist auf der Tankstelle. Der eine ist im Dreck. Der ist hier, Marcel. Angegen, Marcel. Und hinter mir, Marcel. Oh mein Gott, let's go, Jungs. Lieder Shotgun habe ich mir so aufgesaugt. Okay, ich muss erst mal Medi-Tacken. Ich will die Sniper snacken? Ja, nimm die, nimm die, nimm die. Will jemand noch einen Schildi? Marcel. Marcel, wo ist der andere? Noch ein Loot-Drop. Der ist direkt hier. Oh, neben mir. Ja, Mann. Den snacken wir uns auch. Bau den zu, kannst du das? Ja, ja, wollte ich mal. Ey, wie viele Kills habt ihr? Ein. Also, Marcel ist so ein Zeug. In der Stadt ist direkt noch ein Loot-Drop, Digga. Was geht ab? Wo denn? Marcel, jetzt kommt eine Goldene Skar. Titel und Thumbnail gesortet, Goldene Skar. Das erste Mal. Kommt es jetzt hier runter? Ja. Warte, mach. Soll ich kaputt schießen? Nein, nein, nein. Das wird nicht so laut jetzt hier. Geh hier rein, Marcel. Bis der runterkommt, Digga. Obwohl du bist schon. Warte, das einfach. Einfach, wenn wir ein Cover haben. Jetzt kommt. Ich wurde schon angeschossen. Oh mein Gott. Im Haus, Marcel, wo du warst. Genau da. Braucht ihr mich? Ich warte noch kurz. Ja, doch. Ich brauche dich unbedingt. Ja, warte. Es dauert zwei Raketen. Oh mein Gott, es kommen so Raketen. Und hier kommen Nades, Digga. Ich hau ab, ich hau ab. Ja, die snipen auf mich auch, Digga. Marcel, komm einfach zu mir und hau ab, wenn es geht. Ja, das Ding ist, ich bin... Aber vorm wo snipen? Hast du die Rauchkanade geworfen? Nee, aber die ist perfekt für uns. Nein, boah, es hätte mir so eine Lärtschaft gegeben. Oh mein Gott, Digga, ich bin so broke. Ja, die pushen uns. Pushen uns. So Angst. Ja, die wollte ich die Lootbox halt holen. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Wo sind die denn genau, Digga? Marcel, der eine ist jetzt an der Lootbox, wirklich, an der Lootbox ist der eine. Komm her. Ich bin tot. Ich seh's bei Marcel. Der eine gönnt sich die Lootbox. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Gönnt sich die goldene Scar, ich wusste, dass Marcel eine goldene Scar hat. Also auf, ich bekomme Schiss. Ich bin tot. Ich leb noch, Digga. Will der push dich? Ja, ich bin down. Ja, ich bin so belastend, Digga. Ja, die zwei halten richtig um Mutters Ehre. Snipe dich jetzt. Du weißt, was halt der Milch. Ja. Mann, Scheiße. Ja, Digga, ich werde von drei Seiten beschossen, Digga. Was soll ich machen? Ich bin auch nicht dran. Dann hat so die goldene Scar bekommen. Digga, von wo? Von überall, Mann. Wenn du in die Runde holst, blase ich dir einen. Ja. Du weißt, was wir jetzt machen? Ja. Ihr werdet es nicht glauben, ne? Aber. Aber, wir fliegen Tilted Towers. Let's go. Digga, danke. Okay, lass Tower, lass Tower. Nein, nein, geht ihr eh, ich gehe Tower. Ich komme direkt zu euch, wenn ich in Gefahr bin. Glaubst du hier noch jemand? Oh mein Gott, das irgendwas lila ist auf dem Dach. Ja, also ich, Marcelo, gönnt sich das jetzt erstmal. Niemand? Ein Team? Ein Team oder zwei Teams habe ich nur gesehen. Komplett? Wow. Sah so aus. Nein, ich hätte fast die Kiste kaputt gemacht. Ich hätte geheult. Weniger Loot gab es nie in Fortnite. Komm rüber, Digga. Ist da, wo ist ne? Ich sehe ihn oben, glaube ich. Habt ihr einen? Ist da noch einer drin? Ja, ich habe einen Jump-It, ich habe einen Jump-It. Ich muss in der weißen Shotgun jetzt reingehen. Ist zu belastend. Ich finde die Treppe nicht, ach hier. Mein Gott. Wo sind die genau, Marcelo? Wo bist du? War irgendwo oben. Warte, 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 Marcelo, nimm das mal schnell. Ich bin oben. Ist der lila mit Visier. Die habe ich davon gedroppt. Ich habe halt ne weiße Shotgun, ne? Ja, ich war oben, Digga. Hier, nimm die Shotgun, wenn ihr wollt. Ja, ich brauche eine. Ja, oh, ich bin oben rausgegangen. Oh ja, dann ist da niemand. Ja, toll. Boah. Digga, D-A-R, Digga. MP, ne blaue. Digga, Marcelo, du machst mir so Angst, Digga. Ich bin sehr ernst. Ich habe nur Scheiße, Jungs. Hier, nimm mal das, Digga, Marcelo. Der Scope Master. Oh ja, die Sleater, das gefällt mir, Digga. Ja, ich fall hier lieber ganz wieder. Okay, wir machen jetzt. Komm, komm, komm. Folg mir. Wollen wir in Garagen abchecken oder so? Warten wir eben? Wo bist du? Ja, wir gehen jetzt in Garagen. Genau, Basketballplatz in Garagen. Moment. Wäre echt die L-Häuser schon komplett? Ja, ja. Da war weniger drin, als was weiß ich, Digga. Ich weiß nicht mehr, wie wir das Material tauschen bauen, ne? L2. Boah, belastet. Ah, doch, nice. Spiels? Ne? Wir werden gleich so überrascht. Tschöne mal. Ich brauche ne Shotgun oder so. Ist doch gegeben. Oder Zwiesi? Ja, Zwiesi hat die natürlich aufgesagt. Ey, du hast ne Shotgun. Hier ist noch ne mit Visier. Hier ist ne AR, falls einer will. Die Burst, ey. Weiß aber. Ja. Nimm mal die Shields. Ey, Gegner, Gegner bei mir. Oh. Äh. Ah, der schießt auf andere. Warte. One. Hab einen. Das sind andere, das sind andere. Das sind andere. Wo, 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 wo. Ich verwand, ich verwand. Alles gut. Ja. Ey, es sind drei Leute. Vier Leute. Drei bis vier. Hab den einen, hab den einen, hab den einen. Alles, stark, stark. Raketenwerfer, Jungs. Ich bin weak, ich bin weak. Ich baue mich hoch. Oh Gott. Einer ist vor uns, einer ist vor uns. Weg hier. Wo, 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 wo. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich geh mir ASAP zwei Shields. Wo sind die anderen? Da haben wir gefinished. Ey, der pusht, der pusht, der pusht. Zwei pushen. Einer Raketenwerfer. Oh mein Gott, ich bin weak. Einen hab ich. Wo ist der andere? Wo ist der letzte? Er sieht, im Zimmer, im Zimmer. Hab ihn. Nice. Let's go. Oh Gott, Alter. Ich hielt mich bitte. Nein, nein. Hier drin, hier drin ist noch eine Lilianne Shotgun. Das war mein erster MP-Kill, Alter. Warte, die Shotgun gehört. Sowas von mir, Jungs. Ich mach jetzt den größten Ehrenmann-Move. Komm her, Marcel. Warte, warte, wo bist du? Droppst du sie mir jetzt? Nimm sie, nimm sie. Oh mein Gott, Digga. Nimm sie, Digga. Nimm sie, Digga. Trotzdem ist die krass, Digga. Mein Gott, danke, Digga. Oh Leute, ja, Digga. Ich kann endlich mal was im Nahkampf machen. Aber ich hab trotzdem... Wir haben alle jetzt Massi Ehrenmann-Kontare. Massi Ehrenmann-Kontare, Leute. Wer hat das Medipack von euch hier sein? Das muss wir's technisch hören. Der finale Kampf ist hundertprozentig hier sein. Ich weiß es. Hat einer Platz dafür? Nee. Ja, doch, doch, doch. Nimm das so. Leute, ich hab perfekt, Lud. Ich brauch nur mehr Schild und mehr HP. Oh Gott. So gejoggt. Ey, ey, ey. Wo, wo, wo? Von wo, von wo? W, irgendwo weh. Ah, weh, ja, ich seh sie. Sie bauen sich da hoch. Ja, oben auf dem Berg. Ja. Oh mein Gott, ich hab Schaden kassiert. Ja, ich auch. Ich bin down. Oh, er hat mich so schnell gedroppt. Ey, sie laufen links rum. Links rum, Massi. Alter, Massi, Massi, Massi. Oh mein Gott, nein. Nein. Nein, das gibt's nicht, Digga. Es ist so flech. Es ist so frech, Digga. Er hat den besten Loot, sein ganzes Leben. Nein. Nein, seid ihr alle down? Ja. Er kam mit der Shotgun, als er mich belebt hat. Komm. Alle down? Oh fuck, Mann. Das ist belastend. Nein, als ob. Weiß Gas, Jungs. Du hast alles, Digga. Du hast alles. Du kannst, wenn du aufs Dach gehst, du wirst einen Orgasmus kriegen, wo Suisi und ich sind, Digga. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß ernst. Vielleicht kannst du sogar den Win alleine holen, Digga. Soll ich echt machen? Ja, du wolltest schon die ganze Zeit den Solo-Squad winnen, Digga. Aber ich will nicht, dass ich... Ja, okay, wenn ihr euch zuschauen wollt, ich wollt eigentlich heute Reckless spielen. Aber ich spiel trotzdem Reckless, okay? Geh aufs Dach, Digga. Welches Dach? Welches Dach? Da, hoch. Da, rechts. Weil da, da hinten. Wenn ihr Wasser liegt, Digga. Das ist so, ach du Scheiße, Digga. Ich hab doch schon ne Ska, was soll ich dir hier haben? So viele Ska's. Mach einfach nur Full-Ska's, Digga. Wie viele Ska's kannst du haben? Alle, eigentlich. Aber es bringt nichts. Ja, es bringt... Was will er halt mit sechs Stück? Das Einzige, was dir bringt, ist, du kannst im Gunfight halt eine nachladen und dann so quasi... Na, eine leer schießen und direkt die nächste. Ja. Digga, guck mal. Eine Ska, zwei Ska. Ich hab hier ne dritte Ska. Hier unten noch ne viertes Ska. Ja. Das ist der Videotitel eigentlich schon für dich, wenn du die Runde holst. Und jetzt kommt noch das Experiment, Digga. Abschluss. Du hast ja noch ein bisschen... Wenn du das jetzt machst, Digga, und du stirbst, hör auf. Hast du da nirgendwo Tränke? Ich bekomme eh nur 4K-Aufrufe, wenn ich das Experiment mache. Da hinten ist noch ne Kiste. Ich glaub du das jetzt wirklich machst. Ja. Ich hab zehn mögliche Titel für diese Folge. Ja, aber er macht das absolut mitten in der grössten Stadt aller Zeiten. Macht er einfach hier so ein Experiment. Tschüss. So hol ich mir jetzt den Wind, Digga. Ich flieg hier zu Dusty Depot jetzt. Guck mal, Digga, ich hab die Stadt so verlassen. Denk dir vor der Runde stehen die Zonen schon fest oder liegt an der Spielerverteilung? Echt, das liegt daran, je nachdem, wo die meisten sind, dachte ich, täusche ich mich. Das sind ja die meisten zu Dusty Depot gegangen. So 80 Leute, so in drei Lagerhallen verteilt. Digga, ich hab wirklich die besten Lose aller Zeiten. Das ist aber belastend gegen den Squad, Digga. Wir sind gestorben wegen einem Typen, weil er... Boah, das ist auch direkt gefinished, Digga. Schau mal, wenn ich so oft die Squats zuläuft, die werden so Angst vor mir haben. Ja, du musst aber nur noch schwarz sein, Digga. Also Dings hier. Da hinten, da hinten. Ja, 18 Leute, Digga. Oh, da auch, da auch. Oh, der Busch sieht da gemütlich aus, Digga. Nein, nein, nein. Gar nicht mehr in Style. Da ist einer. Ja, auf komplett andere Richtung. Da ist einer. Lauf da zurück, Digga. Der Busch sieht doch gemütlich aus. Oh, du kannst die alle so verhungern lassen. Ich hab noch Zeit, Digga. Ich geh so auf Killhorn jetzt, warte. Ich würd so gern dein Lootmenü sehen. Ja, es leuchtet so, Marcel. Hast du noch einen Medi-Pack? Ja, hab ich auch. Hinsinn. Da hinten, da. Hast du mich gesehen, meint ihr? Nein. Ich glaub, die kommen, oder? Warte, so hinterhält ich mit dem Grenat. Ja, doch, da, 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 da. Äh, ja, 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 ja. Was waren die, sein Vater, ist da unterwegs? Die anderen noch sparten. Da, er wartet. Hol ihn dir. Oder? Er baut, er baut. Warte, warte, warte. Als ob er dich noch nicht gesehen hat. Da sind zwei. Nice. Komm, 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 komm. Let's go. Was macht der? Er ist so schlecht. Auch schlecht. Aber er, was hat er da? Rechts. Wow. Nice. Bob, der Baumeister, digga. Ballert den Raketenwerfer gleich richtig rein. Bauen da direkt einen Stahl, digga. Den man richtig ernst. Oh mein Gott, jetzt wird's interessant. Let's go. Er macht's so ernst. Warte, ich mach den Ehrenmann-Move hier, schnell. Die sind eh schon down. Ne, doch nicht. Mein Gott. Warte, warte mal, war der gerade down, oder? Ich bin jetzt einfach so gut geholt. Loid. So wie die sich in den... Ey. Nein. Aber gut gespielt, Marcin. Egal, Platzierung, fünfter Platz. Geht auf jeden Fall fit. Ja, das war wirklich die Runde mit dem... Aller Zeit. Er ist 2010 geboren. Beste Loot mit dem schwarzen Ritter. So heißt die Folge, glaub ich. Also Leute, lasst gern ein Like dafür da. Würde ich mich drüber freuen. Checkt die Kanäle von den beiden ab. Wir sind erstmal raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.